Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu unserem nächsten Bauvlog. Wir sind gerade im Babyzimmer und ihr seht, es ist rosa. Ich zeige es euch gleich. Und Felix ist jetzt gerade hier fleißig dabei und legt Trittschal aus, den ich gekauft habe gestern. Und jetzt geht es los mit Laminat legen hier im Babyzimmer. Es ist soweit alles fertig. Es muss nur noch Laminat gelegt werden und dann kommt noch unsere Tiefelung dran. Ja und dann ist es fertig. Dann können wir einrichten. Dann geht es los hier mit einrichten und sowas. Beziehungsweise die beiden müssen noch gemacht werden, aber das geht ja auch fix. So hier seht ihr die rosa Wand. Das hier ist ja die Schrankseite. Hier haben wir die andere große Wand. Und dann haben wir hier oben auch noch rosa und hier überall rosa. Es ist so schön, wir haben die Farbe selber angemischt und ich finde, dafür ist es echt mega gut geworden. Genau, wir haben jetzt bis hier rosa und hier unten kommt dann Tiefelung dran. Und hier liegt jetzt schon ein bisschen Schalt. Hier mal Lia. Hübsch, Lia. Einer zu einem Bild gemalt. Oh, hübsch. So. So schön. So schön. Pappé, Mama. Wow. So, die erste Reihe liegt probeweise. Die Laminat hatten wir, oder das Laminat hatten wir schon vorher gekauft extra für den Raum. Das ist dasselbe wie in der kompletten oberen Etage. Also dasselbe wie bei Lia, wie im Schlafzimmer, wie im Flur. Genau. Ist ja da von dieser Marke. Genau, das liegt ja auch überall anders. Wie gesagt. Wie gesagt. Wie gesagt. Wie gesagt. Wie gesagt. Untertitelung des ZDF, 2020 So, meine Lieben, Laminat-Lead, Felix ist fertig. Ich zeige euch das Endergebnis jetzt. Sieht mega schön aus. Und wir haben tatsächlich einfach noch acht Pakete übrig. Wir haben nur vier Pakete für diesen Raum gebraucht und haben jetzt noch acht übrig. Aber die werden wir bestimmt irgendwo anders noch verwenden. Wir haben ja noch drei Räume, die unbebaut sind. Und genau, dementsprechend lassen wir die jetzt einfach da in unserer Abstellkammer, wo die sind. Und dann werden die später verbaut. Wir haben überlegt, dass wir die über Kleineinzeigen reinmachen oder so. Aber dann ist mein Vater eingefallen, dass wir noch drei Räume haben. Genau, aber jetzt zeige ich euch das erst mal. Und dann geht es an die Tefelungen. Und da wollten wir gerne ein extra Video zu machen. Lieber, lässt du das bitte? Lass uns bitte. Nein, das kannst du nicht haben. Das ist Müll, Chef. Nimmst du die gelben, nimmst du die gelben Dinger? Dann werden die mal alle schnell ein. Die müssen alle in die Kiste rein. So. Ähm, genau. Zur Tefelung wollte ich gerne ein extra Video machen, weil wir so ein Do-It-Yourself-Video überhaupt nicht auf YouTube gefunden haben oder irgendwo anders. Und deswegen wollten wir da gerne ein Video zu machen, damit ihr dann so eine komplette Schritt-für-Schritt-Anleitung habt. Und ja, das starten wir jetzt. Also ich zeige euch trotzdem einmal kurz, wie wir das meinen und sowas. Und dann, falls ihr dann Interesse habt an dem kompletten Do-It-Yourself, könnt ihr dann nach anderen Videos schauen. So, Felix hört ihr unten schlau, äh, sägen. Der sägt nämlich schon hier für die Tefelung einmal die kleinen Platten zu. Und hier seht ihr einmal das Laminat. So sieht das aus. Da hat er auch schon die Ecke und hier auch schon die Schiene für den Übergang. Richtig schick. Mann, Mann. So, und jetzt wollte ich euch einmal zeigen, das hier sind die ersten Bretter für die Tefelung. Und zwar haben wir hier einfach MDF gekauft und die jetzt in 7,5 geschnitten. 7,5er Breite. Und genau, wie die ja hier schon festhält, die kommen jetzt halt hier einmal unten komplett ran. Als Fußleiste sozusagen und dann einmal oben. Hier, wo der Übergang von weiß zu rosa ist. Und dann immer noch so zwischendrin. Da haben wir jetzt einen Abstand von 40 gewählt. Und dann werden die einfach weiß angemalt. So wie die Wand. Aber wie gesagt, da kommt ein extra Video zu, weil das, ähm, ja, ziemlich aufwendig ist. Und vielleicht hat der ein oder andere da auch Interesse, ähm, das selber zu machen. Und dann, ja, wollten wir euch das dann ganz ausführlich zeigen. Weil nun hier die kleine Prinzessin drinne. Gott, der Bauch hat so einen riesen Schub gemacht. Wahnsinn. Genau. So. Also jetzt wisst ihr, wie das hier einmal aussieht. Und dann, ja, geht's jetzt weiter mit der Tiefelung. Ich bin super gespannt. Wenn das nämlich fertig ist, können die Möbel rein. Und dann können wir einrichten. So, meine Lieben, wie ihr seht, die Tiefelung ist soweit fertig. Und jetzt geht es hier weiter, denn Felix macht jetzt noch so den letzten, glaube ich. Das letzte Stück, das letzte, den letzten Streifen. Da. Und dann sind wir hier fertig. Und dann wird gestrichen. Und da wollten wir euch natürlich wieder mitnehmen. Und zwar werden jetzt nämlich hier die, die Balken sozusagen gestrichen. Was denn? Sofa. Sofa? Sofa ist ein Stift? Ja, dann gehen wir mal gucken. So einen kleinen weißen Streifen, weißt du? Hier. 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 Hier.